So, Pick and Win. Wir wollen es nochmal versuchen, diesmal mit meinem neuen Headset. Ich hoffe mal, das hört sich nachher auch gut an. Man versteht mich gut, aber ich denke, das wird so sein. So, ich habe mal ein paar Coins gesammelt. Nicht 10, nicht 20, auch nicht 30, sondern 4. So, ähm, ja, lustig, ja. Ähm, gucken wir mal, was für ein Board wir nehmen. Am besten eins, wo noch ein paar mehr drin sind. 2, 3, was haben wir hier noch? Hier sind noch 4, 217 übrig. Ja, das ist doch nicht schlecht. Die Chancen sind ja sehr gut. Dann können wir mal beginnen. So, 4 Coins haben wir zur Verfügung. Also, irgendwas Gutes müssen wir doch erwischen, oder? Ich denke mal, ich mache es wie letztes Mal. Stopp! Okay, das wäre der erste. Warte. Schauen wir mal. Ja, doch, nee, den nehmen wir sofort. Ah, Nachschub für Secondaries. Naja, kaufe ich mir lieber für Forstpunkte, aber naja, für umsonst, ne? So, jetzt wähle ich mir mal selber einen aus hier. Ich muss mal hören, weil mein neues Hattie hat 7.1 Surround, zwar virtuell, aber vielleicht höre ich ja, was dahinter ist. Nein, leider nicht. Okay. Obwohl, vielleicht. Soldat, Mann, den habe ich schon als Standard. Mensch, das kann doch nie wahr sein. Okay, okay, zwei haben wir noch. Wir haben noch eine Chance, wir haben eine Chance. Oder, 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 oder? Hm. Untere Reihe. Ey, kein Mensch stimmt doch oben in der Ecke, oder? Da ist es bestimmt drin. Ich weiß es. Ja, ja, noch mal in die Ecke, die Ecke. Ich weiß nicht, Ecken mag ich nicht. Ah, eine Spider 36 für einen Tag. Das ist auch für einen Tag. 30 Mal. Ja, Mann, ein Coin nur noch. Jetzt haben wir schon vier gesammelt und kriegen trotzdem nur Scheiße hier. Aber so ist das Leben, würde ich mal sagen. Mann, scheiß Husten. So. Ich glaube, wir nehmen mal einen aus dem unteren Feld. Einen, wo schon einer daneben getippt wurde. Hm. Den vielleicht. So. So, so, so. Bitte, 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 bitte. Ein Stern. Nein. Ein Herzschlagradar. Naja. Benutze ich auch nicht wirklich, aber... Besser als nix, ne? Ja, das war's. Ja. Scheiße ist... Habe ich leider Pech gehabt. Wer will die Sachen haben, kriegt ihr leider nicht, weil ich sie nicht verschenken kann. Ja. Ich hoffe, mein Headset war jetzt okay, aber ich denke mal, für das Geld muss es auch sein. Soweit ich schon einmal getestet habe, macht ja einen guten Sound. Ähm, ja. Kann ich dir vier Hammerkills geben? Also, komm, Raum 34. Ja, ja. Das war's dann auch. Ähm. Demnächst fange ich dann wieder an mit Maps spielen. Das wird wohl klappen. Ähm, heute schaffe ich wahrscheinlich auch schon eine noch zu machen. Werde ich dann auch hochladen. Und dann geht's natürlich weiter mit meiner To-Do-Liste. Und... Ja. Das wär's dann. Also, bis zum nächsten. Ciao, ciao.